Ich fühle mich jetzt etwas verarscht. Du hast jetzt gedacht, mein Reden. Ich habe gedacht, ich möchte zum Westwing hinten rein. Da jetzt hier, wo da Felsen ist, da stehen die Kunst. Und ich sage, wo müssen wir rein? Na ja, Westwing. Alter, was erzählst du denn du? Das war gut. Geil. Heile es nicht mal. Gar nicht gut, ja. Granato ist nicht gut. Nicht alle hier auf einmal, das ist scheiße. Pass auf, da drinnen wird es aussehen. Ich habe ihn gesehen, den Arsch. Ich bin einfach reingestürmt, Alter. Der ist hier in dem komischen... Zwischenraum, in dem Hausmeisterraum, dort in dem Kleen. Der Garage hier vorne ist der drinnen. Ich habe ihn schon früher getroffen. Ja? Das ist gerade wieder rein. Ja, warte. Granate rein, ich hatte es. Die erschießen dann von oben. Die erschießen dann von oben. Da war er drin, ne? Dann ist er hier, hier daneben. Pass auf! Oh nein! Boah, alter. Ein ganzes Magazin in die Schnauze. Und der fällt nicht um. Der zuckt immer bloß nach hinten. Der hört doch auf. Will der mich verarschen? Der hat mich mal viel gebraucht. Der hat das komplette Ding gefressen. Der hat das Feuer... Der stand ja vor mir. Clou hart, das Arsch doch, Alter. Ich lauf hier rum, wie zum großen Spaziergang. Ich komme raus. Wo bist du, Stefan? An dem Stromhaus. Ah, okay. Da liegt Bobi. Egal. Hier liegt noch ein Garten. Ach, das ist Blei. Ja, ja. Ich habe einen Pass gehabt. Warte, ich schmeiß mal deine Knarre weg. Ja, genau. Das ist raus. Schmeiß mal dein Zeug raus hier. Nein! Nein! Ich habe eine Mail-Funktion. Hilfe! Nee! Im Keller. Ich bin tot. Oh, scheiße, Mann. Mann, weil diese Tracks gibt es doch gar nicht. Ich habe auch eine Mail-Funktion. Oh, nee. Der hat das ausgelöst. Glaub mir das. Das hat der ausgelöst. Ja. Das kann doch nicht sein, dass das mit einem Schlag bei allen. Hört auf. Niemals. Polontai, das fette Kind, Junge. Ja, das ist der Dumme. Ja, bei dem kriegst du Mail-Funktion. Bei den Arztloch. Das fette Kind. Wir gehen uns in den West Wing. Wo gehen wir lang? West Wing. Alter, ich dachte, der macht mich fertig. Das dachte ich mir schon. Nee. Ich sehe auch nichts. Oh. Oh. Na dann, Tobi, hoch aufs Dach. Ich bin dabei. Ich komme mal mit aufs Dach. Na dann komme ich auch mit hoch. Ja. Ja. Da ist mein Fangwagen. Kann sehen. Hm. Da sind meine Leichen. Ja. Ist doch toll, wer stehen die eigentlich immer da? Ist nicht. Blut, wir können hin, oder? Oder? Keine Ahnung. Da ist keiner. Nee. Komm mal, lass uns rüber laufen. Das Event schon vorbei, sagen wir. Nee. Okay. Die stehen ja links. Da vorne. Ich glaube, einer, den wer gepflegt hat. In der Queekstimme ist ganz wie Sanitar. Ist er auch. Ja. Dacht ich mir schon. Okay, ich habe Sanitar erschossen. Geil. Gut erkannt, die Queekstimme. Ja. Stolz auf dich. Ja. Die hat sich bei mir eingeprägt, die Stimme. Ach, ich krieg's. Ach, ich krieg's. Wer ist das? Weiß ich nicht. Boah, Alter. Du bist mein Held. Hast du einen umgebracht? Weiß ich noch nicht. Muss mich kurz heilen. Okay. Oh, da kam was. Den Kerl, den Kerl selber habe ich noch nicht gesehen. Ich habe noch mal einen Hit verpasst. Also der ist schon. Ich habe irgendeinen, habe ich erschossen. Warte mal, ich kann hier mal gucken. War das nicht so schade? Ach, der hat eine Maske auf. Kluka? Oder Kluka? Irgendeiner hat mit einer Maske. Kolontai und Sanitar. Alter, das war das Kolontai, den ich jetzt erschossen habe. Ach, das dicke Kind. Das ist dicke Kind. Das war meine Rache, Alter. Ich meine, Stefan schafft das nicht mehr auf, oder? Von außen schießt noch was. Platzieren. Enormies Geff hier. Platzieren. Alter. Halbe Minute, geil. Komm. Von außen hat jetzt... Au, 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 au. Bin tot. Nein. Mann, warum? Er kam gerade raus wahrscheinlich. Nein. Ach, Mann. Die dumme Fatze, Alter. Das waren 10 Sekunden noch, oder so. Scheiß Geff. Aus. Aus. Batsch. iritual Verریgerent. Big Pipe. Was? Nein! Die haben mich verarscht. Für drei. Ne, doch mal ein Alter. Was? 13.300 XP? Was ist da los? Was habe ich gemacht? Ich habe Guard erschossen. Und zwei Bosse. Oh, Alter. XP, jo. Zambolit. Der Guard hieß Zambolit. Du hächelst mir ganz schön. Ich wiege jetzt schon 47 Kilo, Alter. Ich habe noch nicht mal einen Wachsatz. 45 Kilo die beste. Ja. 45 Kilo? Ja, die ist schon schwer. 20, 25 für die Wiegen. Warte, ich gucke. 20, ja. 20. Ja, 25. Jetzt ist der wieder so leise, Alter. Ich mach Öre mit dem. Ich mach aber nichts. Doch, du musst irgendwas machen. Das habe ich auch schon gemerkt. Manchmal ist er extrem lang. Ja. Ich muss anderen raus tappen. Das geht jetzt nicht mehr, weil ich die Aufnahme mache. Wenn ich raus tappe, stoppt da die Aufnahme. Zerreißt es mir das Video. Also ich verstehe das nicht. Ich bin ja auch. Ich mach aber nichts. Ja, irgendwas musst du machen. Ich bin kurz aufgestanden und hab mein Handy ans Ladegerät gehängt. Hat quasi das Headset abgesetzt und jetzt wieder aufgesetzt. Ja, Headset. Ja, jetzt war schon los. Und dann hast du das Mikro wahrscheinlich nicht mehr in der Position, wie du es vorher hattest. Das war doch immer besser. Manchmal stopfst du es dir ums Maul und jetzt hängt es wahrscheinlich um über dem Kopf am Ohr oder so. Nee, das ist genau vor dem Mund. Ich bin hinter drei. Wollen wir erst mal vom Dach wieder? Nee, guck mal. Ja, denke ich auch. Ja, am besten auch. Nee, Stefan. Stefan. Woanders lang. Was ist der Plan? Oh, großer Bossmeister. Ich wollte jetzt da vorne rausgucken. Achso, da muss man ja durch die zwei laufen. Naja, guck mal eben. Ich guck nicht, was geht hier ab. Ich war wohl bloß in der Bushaltestelle gucken zum Post. Das kann man hier drüber bleiben. Naja, ich weiß nicht, ob man den sieht. Nee. Der hockt halt irgendwo in dem... Ja, ah, scheiße, man sieht. Er hat auf alle Fälle dich gesehen. Ja, mein... Ja, muss ich sagen. Stefan, wie ich es gestaubt habe, gestaubt am Balkon, Junge. So, jetzt sitzen wir natürlich an der Scheiße. Ja, wenn wir rausgehen, sterbt sie mich auch. Der große Bossmeister hat uns eine Scheiße hier drücken. Ich habe halt keinen Long-Valiscope. Achso. Dann kommen wir nicht weg. Aber ich... Ja, da gehen die Fenster. Alter. Da sind es halt genau am Felsen. Oh, bleib doch mal auf den Scheißtisch hier. Na, lass mich mal hin. Eigentlich kann er dich so nicht treffen. Oh, er kann. Doch, weil er sieht mich ja. Ich sehe ihn ja auch. Also kann er mich schon. Ich renne zurück. Ich sehe hier nichts. Das macht mir Spaß auf den Scheißdach. Habt ihr da hin? Was? Könnte Fatala gewesen sein? Ja, Alter. Ich will hier auch gehen. Ja, einfach vom Nacht gucken. Ich gucke. Ich sehe immer nie einen. Alter, das ist sinnlos. Oh. Hier ist einer dran. Ich habe das Schnaufen gehört. Aber ich sehe nicht wo. Er ist bei mir an der 3. Das ist der letzte Kuhn. Oh ja, Tequila. Äh, Quatsch. Killer. Nee, Tequila war es. Oh, das sind so viele Steps. Oh Gott. Irgendwann ist es gestorben. Nein. Oh, Scheiß, gell. Das ist ein Kuhn hier. Ja, ja, der muss weg. Oh, ich muss klippen, also. Hier unten ist Killer. Am Krankenwagen. Ich habe ihn getroffen. Der hat nicht mehr viel. Vor dem Krankenwagen ist er. Ja, ich muss ausklippen, ich sage, ich kann gerade nicht. Was ist denn was für ein Spiel? Ich habe die Granate. Ich habe die Granate. Man jammert hier mal einer wegen Granaten. Doch, man muss hustet da unten. Ja, Killer. Also Killer auch. Ja, wüsste aber auch. Wo ist denn da jetzt? Noch ein bisschen. Da kommt ein Künter. Die sind ja auch Künter. Ja, ich habe den Künter. Ja, ich kann das. Ich muss mich mal zusammennähen. Die haben mich gar nicht schon durchgebumst. Ich hab Killer. Geil. Ach doch, draußen am Kiosk. Da ist auch noch einer. Ah, der ist so cool, geil. Die blöde Taki da. Wo ist das blöde Schwein? Ja. Wo ist das? 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 Ich hab gar nicht geschossen? Ich hab doch Hits gekriegt. Ich war rot. Warst du das? Ja. Na ja, dann sag doch bescheid. Alter, ich bin hier auf der Suche nach der Kieler und dann guckst du durchs Loch. Der ist fast noch umgelegt. Mann, ich hatte fast das dumme Schwein, wo ist denn da eins? Hallo? Hä? Ganz hinten, am Ausgang. Aber ich treffe ihn nicht, hä? Wo ist das denn tot? Das ist Bakula, oder? Was? Ja. Der ist schon tot, oder? Ich da tot, ja. Sieht so aus. Hast du ein Achievement gekriegt? Nee. Aber bestimmt, weil du schon da... Nee, hab Hunger. Ich hab ja Ticket da drin. Deswegen nicht, ja, ja. Ach man, ich hab den runter geschossen. Ich muss ja morgen alleine rein. Das wird nicht wirklich schief. Ganz hinten, den hättest du nie gefunden. Na ja, doch. Du hast doch gesehen, dass er da ist. Ich kann ja den Karten drückschießen. Was? Wer ist denn jetzt alles noch da, hier? Ich weiß nicht, wo ich hab was her. Der Killer liegt neben der Pommesbude. Ja, ja, da habt ihr den erfassen, genau. Ja, das ist nicht der Heli. Aber hier ist noch einer hier unten her. Ja, das reiht noch was. Ich seh ihn bloß nicht von hier oben. Ah, da muss... Wer trinkt die Pommesbude? Nein! Ich hab schon wieder ne Mehlfangchen. Guck mal. Hä, der Killer lebt noch. Der liegt aber doch bei mir. Nein! Jetzt ist er tot. Jetzt hab ich ihn. Jetzt hab ich ihn. Hä? Da wo ich den eben gelegen hatte, neben der Pommesbude. Dort ist bloß ein Blufleck jetzt. Ach so? Ja. Der hat die ganze Zeit dort gelegen. Aber ich hab einen Quatsch gehört. Aber der hat gelegen. Ich hab auf den geschossen und nichts passierte. Jetzt ist er weiter hinten gewesen. Jetzt hab ich ihn. Hä? Was ist denn das? Das war's, glaube ich. Irgendwann quatscht machen. Es geht. Ich bin über hier. Hm. Nee. Das war... Hä? Das waren die Trasker da vorhin. Da lebt er noch. Das ist die Munition von uns. Unbedingt. Ich bin schwer. Scheiße, Mann. Fein, Alter. Theoretisch müssen wir doch jetzt alle haben, oder? Ja, eigentlich schon. Na, Reshala noch nicht. Aber jetzt... Lass mich mal Reshala machen. Ja, mach nicht mehr. Ich mach nicht mehr. Ich muss mal seine scheiß Guards runterschießen. Ja, wo hast du den denn zuletzt gesehen? Na, hier vorne im East Wing, wenn der Kass ist. Wenn du gleich um die... Okay. ...durch die Kass... Gang da läufst. Und da ist noch einer... Ach, ich... Ich weiß auch nicht, ob... Ja, das ist auch... Ich glaube, es ist ein Guard. Okay, ich hab eine Schala. Geil, ja. Draußen... Links am East Wing... Es sitzt auch noch was. Okay. Was? Das bin ich. Hau ab mit der Tür. Ja, ja, ja. Das bin ich. Ja, komm. Aber geh nicht ans Stromhäuschen, da hat irgendwas geschossen. Irgendein Idiot hockt im Inhof. Kann nur ein paar Schalder sein. Nicht der erste. Ich denke, der ist gut. Ich denke nicht. Natürlich. Aber wer schießt denn hier noch auf mich an? Ja, ja. Deswegen. Wer lebt denn jetzt noch? Ich weiß es nicht. Ein paar Gards von dem? Wie viele Gards hatten da? Schall. Schall. Schaller weiß ich nicht, ob der Gards dabei ist. Eigentlich. Schall. Schaller weiß ich nicht, ob der Gards dabei ist. Drei, ja. Maximal. Ja, aber hier auf Shoreline sind wir nicht vollständig dabei. Weil Bluecar hat ja auch noch zwei dabei. Ey. Ey, äh, äh. Ich hab der Killer erschossen, Alter. Der war noch nicht tot. Der war noch nicht tot. Der war noch nicht tot, der Hurensohn. Hab ich, hab ich Betäubungsmunition oder was? Ja, aber... Ne, es hat nicht Bip-Bip gemacht bei mir. Genau, ich hab ihn bloß angeschossen. Der saß ja hinten am Zaun. War das ja? Ja. Der Killer war auch komisch. Der hat gepflegt. Ich hab auf den geschossen. Da war auf einmal Ruhe. Da ging's Bip-Bip bei mir. Der lag da die ganze Zeit dort in seiner Blutlage. Ich hab ihn aber quatschen hören noch. Komisch, komisch. Dann sagst du, Killer läuft noch. Wenn man lief da da hinten, hab ich noch mal erschossen, hä? Ja, weil ich dann auf ihn einmal geschossen hab und dann ist er weggelaufen. Ja, aber der lag die ganze Zeit bei mir dort, hat sich bewegt. Nie tot. Achtung, ich komm jetzt hin. Ich bin gleich bei euch. Okay. Ich hab 19.000, Alter. Ah, ne, ja. Ne, ne Wache hab ich. Ich hab Sturmen, Bassmacht, das war bloß ne Wache und Killer. Ja. Ich hab zwei Guards, zwei Bosse. 50. Da soll ich jetzt eins auch noch sagen oder soll ich's lieber sein lassen? Naja, sag deine 29.000. Da war's ja eher dran. 30.000. Da war ich noch mit 29.000 dran.